40 Teams, 3 Turnierphasen, 180 Matches mit mehr als 3600 Kills. Am Ende bleiben zwei Finalisten im Kampf um den Titel und die begehrte Trophäe. Schließlich kann es nur einen Pokalsieger geben. Auf einem letzten Rachefeldzug trotzt Eintracht Spandau seinen Playoff-Fluch und kämpft sich siegessicher bis ins Finale. Erfüllt das Team, sich und seinen Fans endlich den großen Traum vom ersten Prime-League-Titel? Oder scheitert der Traditionsverein erneut an den Unicorns of Love? Die Hamburger wollen nach ihrem enttäuschenden Summer-Finale mit dem Pokalsieg zurück auf ihren Thron. Für das Team geht es nicht nur um den zweiten Titel des Jahres, sondern auch um ein erneutes Aufflammen der pinken Ära der Dachregion. Am 1. November endet die lange Reise des PRM-Pokals 2023 in einem finalen Best of Five. In einem alles entscheidenden Duell krönt sich ein Team zum PRM-Pokalsieger. Mittwoch, 18 Uhr, live auf Twitch und YouTube. Die Aufflammen von